Der Winter ist vorbei, die Hormone spielen verrückt. Einmal noch im Leben Schmetterlinge im Bauch haben. Und wir können es kaum erwarten. Ich lasse mich so richtig aufbrezeln. Da bin ich ja gespannt. Endlich Frühling mit Simone Tomala. Ah, ach so. Und neun Geschichten aus Frühling in Frühling. Es hat sich eine Frau gemeldet. Jeden Sonntag ab 20.15 Uhr. Nur auf Romance TV.